hallo ist martin von mannemang ist dass die lachsanalyse für montag den 20 11 2023 und unsere jungs sind hier noch ein bisschen ein paar meter weiter gekommen wahrscheinlich angeschoben worden vom dicken hier hinten der andere hat auch schon knüppeln das wird interessant am montag aber es bleibt dabei natürlich ein bisschen spaßig auch dargestellt wir müssen auf unsere triggerpunkte achten wir haben oder ich habe mir gestern auch oder für das video vom freitag viel mehr gegeben dass es sogar extra noch mal nachträglich erwähnt und darauf hingewiesen wichtig ist er muss unter 15 800 runter wenn er nicht unter 15 800 runter geht zum freitag solle man alles vergessen was zuvor gesprochen wurde dann würde er einfach nur oben weiter hoch sein bringen und die 9 40 reinlaufen trotz dass ich extra darauf hingewiesen habe dass genau in solchen fällen häufig die leute immer die analyse falsch verstehen weil sie glauben wenn die sechs minuten über abwärtsszenario sprechen und dann eine minute über ein aufwärtsszenario dass das abwärtsszenario eine höhere wahrscheinlichkeit hat aber das jetzt der gleiche wortlaut wie im letzten video auch achte da wirklich drauf ist es ist für euch maßgeblich wichtig sowas auch zu beachten wenn wir eine situation haben aus der sich der markt wirklich raus drehen kann dann muss er auch wirklich die bedingungen erfüllen und wenn die ist dass er am freitag von beginn an unter die 800 drückt und auch unter der 800 arbeitet dann hat man mit short nicht große aussichtschancen wenn er eben genau das nicht tut und die bullige seite bestätigt und genau das sehen wir aber immer wieder bei uns dann dass der markt eigentlich gar nicht dieses abwärtsszenario bestätigt sondern das positive senario bestätigt also er gibt uns einen grund dafür einen long zu machen in die nächste zone rein die dann ja hier die 49 war dann macht der markt genau das und die leute stehen da und sagen naja schade mensch so bin heute short gegangen weil die analyse gesagt hat das soll nach unten gehen aber das hat die analyse nicht gesagt die analyse hat gesagt wir haben eine schöne situation aus der ein short entstehen kann wenn der markt jetzt auch unter die 800 drückt das hat aber nicht getan aber auch nicht eine als sekunde unter 800 gewesen und das wird jetzt für den freitag wieder ähnlich weil wir sind ja noch in diesem terrain aus dem raus sich super schön hier schon ein rücksetzer lösen kann wir sind vom bewegungsziel vom vom trendbruch ziel hier guckt mal der fall der war nicht ohne grund bis hierher gesetzt das ist vollkommen ausgereizt also das ist wäre für den markt üblich und auch typisch wenn er in dem bereich umdrehen wird aber es gibt eben keine garantie dafür sondern wir können uns einfach nur wieder charttechnische merkmale heranziehen und dann gucken bedient er sie wenn ja dann kann ich auch auf eine umkehr hin traden bedient er sie nicht drückt einfach weiter hoch rein dann zieht er im trend einfach noch weiter und im im zweifel geht den trend immer weiter als die meisten denken und auch noch eine ganze weite war ganze weile weiter wie die meisten denken und das habt ihr immer auch im hinterkopf gerade wenn wir hier im november aufwärtsbewegung sehen und ich schon wieder leute zählen die hier halten nerven zusammenbruch kriegen weil der markt zu unnachgiebig steigt da kommt noch im dezember da kommt noch im januar da kommt noch im februar das sind alles gute börsmonate ich meine gute februar ist mittlerweile ein bisschen angeschlagen der ist statistisch betrachtet nicht mehr ganz so effizient aber auch januar dezember sind noch mal gute monate in denen der markt durchaus nach oben drücken kann wir sehen oft im dezember anfang allerdings noch mal immer ein bisschen schwächer das ist auch recht typisch und von daher würde mich auch gar nicht verwundern wenn wir vielleicht von hier sogar bis in die vielleicht so bis 10 15 12 rein ein bisschen seitwärts wegrutschen stehen bleiben und wieder zurück rutschen wir hatten da auch auf zwei stunden eben schon drüber gesprochen was die ziele sind aber bitte achtet darauf der muss auch die bedingungen erfüllen die er braucht um runter zu rutschen und das wird am montag die 15.900 sein ist ganz ganz wichtig überhört sowas nicht bitte ja ich weiß dass viele wollen dass der tief geht und sobald ein tieferes ziel erwische dann sind die total begeistert und dann wird geklatscht und ja gute analyse hast du super gemacht ja ich glaube auch der fällt so und sind viele unterwegs das ist aber nicht richtig richtiger wäre jeden tag neutral ranzugehen und sagen mir ist scheißegal was der macht okay wir haben jetzt hier vielleicht wir sind in den schönen bereich eingelaufen muss aber eben dann auch sehen dass er nach unten einen triggerpunkt erreicht ansonsten brauche ich ja noch nicht mit short versuchen gehe halt einfach noch long wenn er weiter steigt müsste neutral sein ich mache das nicht anders ich sitze auch dann da und sag mir ja eigentlich hätte ich vielleicht heute lieber short gehandelt aber wenn du keine möglichkeit dafür kriegst dann musste halten long handeln bzw konnten wir nicht mal long handeln unsere unsere elisa die wollte bei 15.936 dann long gehen habe ich gesagt das darfst du nicht das sperren wir weg weil hier von 49 dann ja die reaktion erst mal wieder zu erwarten gewesen wäre direkt am ziel halt das macht man auch nicht man handelt wenn man sowas macht handelt man neues hoch dann long geht hier im bereich 860 870 wäre das gewesen ja auf neues hoch long packt doppelst runter geht in die nächsten ziele rein und so geht das ja auch weiter das heißt was kommen jetzt hier als nächste ziele hier kommt jetzt das letzte hoch das ist im bereich um 890 das heißt wir haben 890 bis 16 20 die nächste zielzone darüber ist dann 1 20 bis 1 40 weil hier ab 1 40 beginnt die gap kante und dann haben wir hier oben 220 bis 260 mit mittelpunkt 245 das ist der gap close ich zeige euch das auch noch mal im target chart ja hier oben das lila kässchen da oben ist der gap close 2 45 die unterkante von der kerze liegt bei 220 man kann jetzt hier mit der maussicht zeigen dann will er immer das kässchen da markieren dann haben wir hier unten das letzte hoch na das ist im bereich 1 40 also 1 40 bis 220 2 45 ist hier sehr gefokus und hier halt das letzte hoch im bereich um 99 das sind die nächsten wichtigen punkte wenn unser dax nicht einknickt und selbst wenn er einknickt der hat hier sehr 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 viel vorlauf das wird eine weile dauern deswegen habe ich mir am freitag so viel mühe gegeben euch zu versuchen zu erklären wie das aussehen kann wenn er freitag eintritt wie das wir das aufbauen würde das dauert dann halt jetzt auch ein bisschen das würde auch am montag dauern der würde sich ein bisschen düstiger haben der signal geben signal geben ist 15.900 unterschreiten wir 15.900 haben ja noch kein short signal aber wir kriegen einen ich sag mal einen start schuss um ein verkaufssignal zu bauen verkaufssignal wäre tatsächlich erst fertig wenn die rote tageskarte dann steht aber unter 900 wird es sich ein bisschen andeuten dass der markt zurück will und dann hat er zu einen entscheidungspunkt bei 860 entweder machte 860 komplett die rakete nach oben stellt neue hochs rein dann wäre das für mich wieder so ein grund um long zu gehen oder er fällt durch die 860 nach unten durch kriegt die nicht gehalten und etabliert sich unter der 900 montag ganztägig dann bekommen wir eine verdichtung dass der markt in den rücklauf gehen wird aber dann wird es auch noch das wird über dienstag mittwoch dauern das stellt nicht vor dass der jetzt hier der ich sag mal bis 15 3 85 15 2 85 wie ein stein fällt der wird hier oben wahrscheinlich so ein batzen noch zur seite weg stellen ja und dann hinten raus erst die die hauptstrecke machen und bis dahin hier stück für stück eins nach anderen abklappern ja das ist dann die 860 dann kommt noch mal 800 dann haben wir 67 hier das tief dann haben wir hier die hoch ja hier hoch 67 dann 700 55 sind alles noch mal wichtige bausteine auf den weg nach unten und es das dauert dann einfach ein bisschen punkt unter 900 also basis für tiefere bewegung bleiben wir aber über 900 die von neue hochs höhere tiefs muss dem trend erstmal noch vorrangig gegeben werden in die weiteren ziele rein auch wenn die jungs mit dem knüppel schon bereitstehen ja bereitstehen heißt aber nicht dass sie noch nicht drauf gehauen haben ja es ist eine schöne stelle ist ein super bereich hier oben das muss man ja sagen aber ich sind ja noch kein short habe ich auch am freitag noch nicht wird ich auch noch nicht ich will dann erst das was ich euch sage diese diese bereiche die dann unterlaufen werden müssen das will ich auch erst sehen und solange das nicht passiert wird ich eher noch mal long draufhauen und auch das haben am freitag schon gesagt genau der gleiche wort laut ja dann lieber neues hoch noch mal long mitgehen wenn er nach unten nichts bestätigt weil der trend ist ja vorhanden und mit dem trend ist primäre handelsrichtung ja gut dann soll es das soweit sein für den montag anders kann ich nicht erklären wer das jetzt auch noch nicht aufnehmen will so er muss dann damit der muss dann damit klar kommen und damit leben aber lasst mir jetzt so stehen und das soll es dann soweit auch sein viel erfolg gutes gelegen bis montag